einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen video wir haben viertel nach neun ich habe gerade schon am laptop ein neues video geschnitten und zwar unseren fansgiving food haul umfangs gewinnen soll es heute auch gehen ich versuche euch so gut es geht mitzunehmen obwohl wahrscheinlich der tag ziemlich stressig sein wird ja wie gesagt ich bin eben aufgestanden food haul ist schon geschnitten das exportiert gerade und dann kann ich das gleich hochladen jetzt bin ich mal runter und wollte mich um den rest hier kümmern wie man sieht und könnt ihr es erkennen ja ein stück vom sofa fehlt das habe ich schon nach oben gebracht letztes jahr habe ich auch für alles die ganze bude umgeräumt ihr kennt mich ja ich liebe fansgiving und weihnachten und diese feiertage dass jeder zu mir kommt dass ich alle bekochen kann das ist so richtig meine love language dass ich jedem so ja einfach so ein geiles fest mache und dafür räume ich die bude einfach immer super gerne um letztes jahr habe ich das sofastück komplett alleine runtergebracht als jakob nach hause kam dachte ich also was geht hier ab ja und dieses mal haben wir das hochgebracht weil der flur unten im platz mehr ist so dass das teil einfach aus dem weg ist ich werde das sofastück hinten an die fenster setzen also an die fensterbank dran und dann werden die zwei weißen großen tische die ihr schon aus ganz vielen videos kennt hier als tafel hingestellt und ja dann werde ich alles decken und so weiter ich glaube das wird eigentlich ganz gut damit wollte ich jetzt anfangen und danach gehe ich dann mal in die küche und dann fange ich so langsam an die sachen vorzubereiten ich wollte das cornbread als erstes backen soweit dann ist das schon mal aus dem ofen raus und hoffe dass das was wird das wäre nämlich schlecht wenn das blöd wird aber ich gebe mein bestes und hoffe das wird richtig gut wie gesagt versuche ich euch so gut es geht mitzunehmen es wird wahrscheinlich etwas stressig so wie an jedem feiertag aber ich liebe das das ist positiver stress und ich freue mich die ganze zeit schon und heute ist endlich der tag der tage wo wir starten da würde ich sagen ich wünsche euch jetzt ganz viel spaß und wir legen los bis zum nächsten mal ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das passt auf jeden Fall ganz gut. So sieht jetzt unsere Tischdeko aus. Ich finde es richtig schön. Es ist so gut geworden. Ich habe hier diese Tischdecke hingelegt, die habt ihr eben schon gesehen. Und dann einfach so ein paar Blätter, einen Kürbis und habe noch ein bisschen so eine Lichterkette drum gefriemelt, weil ich dachte, das sieht dann noch schöner aus. Dann habe ich hier in so einer Vase noch so ein paar Blättchen reingestopft, weil ich dachte, dann hat man in der Mitte so etwas Schönes, Großes. Und ich habe unser Thanksgiving-Menü so ausgedruckt zweimal. Und dann habe ich hier und auf der anderen Seite das Menü in so einen kleinen Bilderrahmen gepackt, weil ich dachte, dann kann halt jeder das sehen. Und dann, wie gesagt, nochmal hier die Teller und der Serviettenregengläser habe ich hingestellt. Besteck natürlich aus Omas gutem Besteckkoffer, ist ja klar. Dann habe ich hier noch die restlichen großen Teller, wo dann noch das ganze Essen draufkommt. Das werden wir dann auf den Tisch verteilen. Deswegen habe ich die Deko auch ziemlich simpel gehalten, damit halt noch genug Platz für das ganze Essen da ist. Und ich hatte gestern noch das hier gemacht. Ich fand das ganz schön. Das wollte ich auch gleich noch so ein bisschen, ja, zelebrieren, sage ich jetzt mal. Eigentlich könnte ich das auch ganz gut hier noch bei jedem auf den Teller direkt legen, damit man es auch nicht vergisst. Ich fand das eigentlich ganz schön, so, weiß ich nicht, dass man das zusammen macht. Ich habe einfach drei Fragen draufgeschrieben. Wofür bist du heute dankbar? Auf was freust du dich am Fängsgeweg am meisten? Und welches Essen war heute dein Favorit? Und ich glaube, ja, das ist eine ganz süße Sache noch da zusätzlich. Wie man eventuell erkennen kann, haben wir schon den nächsten Tag. Fängsgewing ist vorbei. Ich konnte gestern absolut nichts mehr filmen. Es wurde so stressig. Jakob und ich standen in der Küche, haben alles vorbereitet und das ganze Essen gemacht. Aber ja, es stand dann nachher das ganze Essen auf dem Tisch und alle waren begeistert. Es hat jedem geschmeckt, was natürlich die Hauptsache ist. Und ja, ich bin einfach sehr happy, wie der Tag verlaufen ist, dass alles so gut gegangen ist. Und wie gesagt, es war nachher echt ein bisschen stressig. Und ich finde, es ist immer so, auch an Weihnachten, das Stressigste, dass man alles so halbwegs gleichzeitig und warm auf den Tisch bekommt, sodass man alles noch warm essen kann. Und ja, das war auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. Hier im Wohnzimmer sieht es gerade so aus. Wir haben gestern die Couch wieder hier hingestellt. Jakob hat die Tische schon mal abgeschraubt, also die Beine und alles so weit hingesetzt. Und da hinten stehen jetzt die ganzen Stühle. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Chaos. Das muss heute definitiv beseitigt werden. Und in der Küche sieht es aus, als hätte ja nicht nur eine, sondern zehn Bomben eingeschlagen. So sieht die Küche gerade aus. Ich habe gerade eben schon mal angefangen, ein kleines bisschen aufzuräumen und habe schon mal das Essen wenigstens. Jetzt, ja, verstaut. Das ist jetzt alles im Kühlschrank. Hier ist noch Truthahn, hier ist noch Kürbisvinigret. Dahinter ist noch ganz viel Gemüse und so. Also ist auf jeden Fall noch ein bisschen was übrig geblieben. Dann habe ich hier auf der Fensterbank noch Nachtisch. Den hatte meine Schwiegermama gemacht. Sieht halt nicht schon wieder richtig gut aus. Das war so lecker. Dann haben wir hier auf jeden Fall ganz viel Geschirr. Spülmaschine ist auch schon wieder voll. Und hier steht auch noch ein bisschen was. Also hier ist auch noch Chaos ohne Ende. Und alles muss heute auf jeden Fall weggeräumt werden. Ich habe mir jetzt hier schon mal was hingestellt, damit ich mal frühstücken kann. Es hat jedem sehr gut geschmeckt. Und ich bin richtig stolz auf mich selber, dass ich das so gut hinbekommen habe. Und ja, alle auf jeden Fall begeistert waren. Ich würde sagen, es war ein rundum gelungener Abend. Alle waren happy. Es hat jedem geschmeckt. Es war wieder wunderschön für alle zu kochen. Es war wunderschön, dass man beisammengesessen hat. Und dass man einfach noch so einen extra Feiertag hatte, den man ausnutzen konnte. Ihr wisst, ich mag das. Klar, wenn man das sieht, es ist im Wohnzimmer Chaos, es ist hier Chaos. Aber ich mache das so, so gerne. Und vor allen Dingen finde ich das so schön, wenn dann Leute dabei sind, die das auch schätzen. Und die sich zum Beispiel auch bedanken. Natürlich erwarte ich sowas nicht. Aber bei Thanksgiving finde ich das total schön. Generell einfach, weil es so der Sinn von diesem Feiertag ist. Und alle haben sich bedankt für das tolle Essen. Und dass wir das super gemacht haben. Und das ist natürlich auch so, ja, so eine kleine Art Bestätigung für einen selber. Dass man mit dem, was man macht, einfach die Leute glücklich machen kann. Und das ist die Hauptsache. Ich versuche heute, so gut es geht, hier schon mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Und alles aufzuräumen. Ich mache mir jetzt erstmal Frühstück. Dann setze ich mich an diesen Vlog. Und, ja, wenn Jakob dann nachher kommt, dann ist hier auf jeden Fall das große Aufräumen. Ich versuche es so gut es geht, schon mal was zu schaffen. Und, ja, dann im Wohnzimmer alles wieder ready zu machen. Die Couch wieder runterzuholen. Ich denke, das wird schon auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, landet es mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Und, ja, falls ihr Thanksgiving gefeiert habt, dann lasst mir gerne in den Kommentaren da, wie euer Thanksgiving war und ob ihr Spaß hattet. Das würde mich sehr freuen. Und, ja, dann verabschiede ich mich und wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.